wieso habe ich jetzt noch 30 schuss für die waffe das irritiert mich vorhin waren es nämlich mehr um die 80 ein unruheherd ist hier was ist denn du du bist ein unruheherd das schießt mich ab ach da ist einer na toll erstmal nachladen nachkommen um so kompliziert warum habe ich gerade gewechselt wollen wie es das passiert da hat jemand hier kann nichts radio einschalten ich wusste ich habe es vorhin irgendwo gesehen so alien dominator gut eigentlich wollte ich ja zu die ganzen dahin genau laden hätten so gehen dahin dem teil wunderbar so dann wollen wir mal du hast bla eine operation kostet 500 so dann wollten wir gesicht den mund meine porno lippen wollen wir hier mal wo waren das unter lippen seitengröße unter lippen seiten höhe unter lippen mittel so schnell einmal ober lücken seiten größe das ist dann ein bisschen schmäler das habe ich so extrem gemacht jetzt da ich erinnere mich trotzdem sind die noch so dick ober das ist blöde das muss schon so ungefähr bleiben unter lippen mittel größe so hier kann ich ein bisschen runter drehen unter lippen seiten größe das kann ich auch ein bisschen weniger machen mund seiten höhe das war ach so das war das mit dem leichten lächeln mundseiten tiefe das wollte ich auf 50 klassen genau aber müde hat immer noch recht dicke lippen das ist halt ihr mundhöhe scheiße wo war ich gerade auf 50 wahrscheinlich hoffe ich so ich habe es gerade eigentlich alles über ein bisschen runter gestellt aber der trotzdem die hat halt einfach so lippen lox hat es sich da beschwert so wenn wir das mal und was ich noch ändern wollte war eigentlich die die haare natürlich muss man um eine neue frisur zu bekommen muss man natürlich eine schönheitsoperation machen das ist natürlich vollkommen klar harry und meine scheiteln sterne und jetzt hier habe ich da gesichtsbehaben natürlich in den kopf was nehmen wir denn da freie liebe weil das kann jetzt wieder dauern was ich eigentlich ganz nett fand ich weiß jetzt bloß nicht mehr wie es heißt das habe ich in 10 zu 3 gerne gehabt wo ist es denn das da japanisch das war ich eigentlich ganz nett aber ich glaube das meinte ich nicht obwohl es auch was hat könnte doch einfach mal ich kann ja öfters frisur wechseln so lange dauert es jetzt nicht kostet mich zu immer 500 ist ein teurer haarschnitt so was nicht dann wie hieß das jetzt wo sie zöpfen dieser pferdeschwanz ne alter ob marley ist es auch nicht normaler bob marley ein pferdeschwanz nein poni im auge das tut doch weh raster juni ist nicht darüber ist er das auch nicht revoluter ist auch nicht rüber natürlich auch nicht sehns 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 schweizer schmetterlings sparen nein schulde lang schulter lang wie gibt es geht auch nie bis den schultern egal sci-fi nein sci-fi boobies skater haarschnitt standard schnitt nee starlet ein tiny schwarm nein wo war denn das jetzt ich habe keine ahnung mehr was dachte japaner ich weiß es nicht mehr es tut mir leid voluminös es hat natürlich was wellige seite mit blümchen wollen wir das auch mal ach komm wir nehmen jetzt einfach das da wirst du es gerade so doof so balken wir das skp wollte hier noch irgendwas ändern ich glaube nicht skp übernehmen ich muss die brille loswerden ehrlich gesagt wir müssen shop gehen shopping kurs 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 ich könnte natürlich erst einen kurs lauf machen oder ich mache hier kommt ein kurs doch dann könnte ich nämlich das gebiet noch so mein kleiner persönlicher kurs lauf grad so jetzt aber dann die herausforderung dazu sind es noch bevor er ist super 50 sekunden muss übrig bleiben nein anders vom 15 sekunden schaffen wieder wie das jetzt verstehen doch unmöglich sprinte durch die super schubkugeln ja ja das ist ein sprungfolger ich weiß lauf scheiße sechs sekunden vorteil ist doch schön super schub 50 prozent super super schub 100 prozent ich renne wieder teufel alter zu beschubbeutigkeit gar nicht mehr sprung 321 jetzt ich nehme also mit sofern es geht sowieso immer noch 100 prozent wo alter ist das schnell das sind jetzt zwei richtungen super sprint distanz firewall sind die ein bisschen schön dass die feier wollen wirklich aus feuer besteht da ist ein super dingens super schub immer noch 100 prozent ich düse durch die weltgeschichte gold abgeschlossen ach die zeit läuft rückwärts runter jetzt da sprichst du für 15 sekunden übrig bleiben maxim schlimmsten fall krasszeit 20 8 andersrum jetzt natürlich sehr schön gut ich habe hier auf meine upgrades schauen müsste ich gleich mal gut kennen gehen upgrade tabulator es erinnert mich auch freundlichst daran gute frage boni genau das wollte ich was ich noch schauen wollte war jetzt lass mich doch hier mal raus bargeld abheben beweisung 3000 euro also das ist die aufteilung was wie sich das gesamte schon aktivitäten von zielen von laden hacken jetzt da ok gerade ist gesundheit ist unter dem vakuum leichte höhung der reichweite aus der gesundheit passanten wechsel fuß gelassen jetzt pkw leichte höhung dreiter diskosten 3000 kann ich so im kampf 25 prozent mehr ding tragen mercier ach das war das fahre das fette ding das wird sich auch mal ausprobieren munschrotflinte wie kostet das eigentlich mungewehr kostet 9000 bandenfähigkeiten verbessert banden hier so dass die mps tragen das hört sich gut an gekauft so glaube ich jetzt noch 12.000 fahrzeuge nitro schaden extrem kohle sind ja bei anderen fahrzeugen werden nicht genutzt obwohl ich war eigentlich gerade nicht im auto egal das habe ich schon angedrückt das heißt sowieso noch 2000 können wir die kräfte noch irgendwas anfangen neue upgrades verfügbar alles blase bereich braucht aber 20 ich habe nur 10 ich glaube damit kann ich gerade nichts erreichen aber wie schaut es eigentlich gerade mit den ach ne ich wollte noch voran shoppen gehen shopping shopping ich könnte da shoppen gehen komm ich grille wir weisungsrate gerade auf 3000 ach komm ich nehme hier jetzt noch ein bisschen Dinger mit wir brauchen Geld hallo Geld regiert die Welt das wisst ihr doch alle deswegen Geld sammeln Huch das ist ich sage wir was sammeln mit Viren vollgestopfte Fahrzeuge ein und deine Kontrolle über die Welt zu verstärken geht zum Ziel jetzt bin ich gespannt gibt nichts zu bezeichneten Stelle Stil das Zielfahrzeug und bringen es zum Zielort okay oh Gott ist zu weit weg und mein Ding reicht nicht so lange Karte ach was will ich mit Karte ich brauche Telefon Teflon Fahrzeug Screamy Eagle er ist mein Raycaster und das können wir uns ja später anschauen natürlich ist er falsch rum so jetzt aber irgendwie fährt er sich nicht so gut ich will wieder meinen Torch haben diesen hatte ich in 10.2.3 der war super den hatte ich von Anfang an gleich im Anderen ist richtig Auto genommen und irgendwas verletzt sich hier gerade ähm und das dann komplett aufgepimpt so müsste ich eigentlich mit dem ja auch machen vielleicht läuft das dann mit dem ja auch besser weil der Raycast ist eigentlich auch nicht so schlecht so wir sind anscheinend schon da klaue das Fahrzeug so bitte aussteigen so Fahrzeug klauen lauf 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 hui da ist es 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 sogar liegen ähm ups ich wollte das nicht umfahren ich wollte nicht äh nein wollte ich doch gar nicht ich wollte das Auto nicht nehmen weil es gerade brennt scheiße okay andere war ähm dann war ich vorsichtig so da renne ich jetzt nicht Volker Racho hin also nicht Volker Racho nein so Spründerzeuge ist fast leer komm schon bleib stehen bleib stehen du Lump bleibst du stehen da bleibst du da ups so wie fies ist das denn das Auto wird sich klauen lassen warte so stehen bleiben so wenn es nicht äh stehen bleiben will dann mach ich es halt dazu so und jetzt bringen wir das Fahrzeug Zielfahrzeug zurück oh auf du 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 so glaube ich Nitro Nitro hoch nein bitte nicht wieder hängen bleiben so du 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 irgendwie ist der Ingame Sound so leise habe ich das Gefühl im Moment äh Audio okay ich habe es auf 50 runtergestellt muss man auf 60 hoch will es jetzt auch nicht übertreiben ah so ein bisschen lauter du 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 dem Straßenverlauf Volk alter das ist ja ziemlich hartes Moment alter Schwede ach die alte Oma steckt jetzt auch aus das ist ja nett oh nein das muss ich wieder links abbiegen nein so habe ich nie drüber eingesetzt äh ja hat es äh ist es muss die Mütanzer geben scheiße ich bin so ein toller Autofahrer ach ich muss da wieder zurück wo ich vorher angefangen habe ja jetzt jetzt aber so joo ist eingesammelt